So, Jules, ich habe jetzt nochmal Aufnahme gestartet hier bei Payday nach unserem ersten versauten Job. Weiter geht's. Ach, geht's schon gerade weiter jetzt? Ja, ja. Also ich habe jetzt weiter die Aufnahme gemacht und wir spielen dann einfach weiter. Also den Anthony gerade raus. Ja, ich nehme die neue Maske, die ich jetzt habe. Ja, vielleicht könnte ich auch mal eine andere Maske aufziehen. Ich freue mich dann immer, wenn ich eine andere Maske aufhabe. Das sieht ja behindert aus. Nee, die sehe ich doch nicht aus. Die sieht scheiße aus. Die nehme ich mal hier. Die gefällt mir. Ach ja. Ja, ja, ja. Gut, wähle neuen Auftrag. Was macht man denn jetzt? Oh, das ist natürlich der Knaller, gell? Dieser King Jordan, ey. Beste, beste Maske ever, ey. Ja. Bilibickel. So, was nehmen wir denn hier? Ja, so eine Zombie-Maske will ich haben, ey. Schattenraub. Nee. Mach mal irgendwas Einfaches, nicht, dass wir hier schon wieder so einen Troll haben, ey. Mach mal den Nachtclub mal. Wieder auf sehr schwer, damit der Dan auch was hat. Boom, schicke, wah, wah. Was mich will, 700.000, der Scheiß. Kein Problem für mich. Aber ich könnte ja auch gleich mal was aufmachen. Ich bekomme das ja alles günstiger. Was ist denn hier mit King Jordan los? Weiß ich nicht. Level 17? Keine Ahnung. Level 17, ja. Ja, und? Ja. 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 Ich habe jetzt fünf... Bibi-di-bapu. ...PMact. Bibi-di-bapu, ey, 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 ey. Pizza funki. Oder soll ich wie ein Roboter reden? Habst du Geld, Bili, wie? Reden. Reden. Lachen. Oh, ich hab gerade ein Magic-Man-Energy-Drink... ...Fruity-Taste-Crab getrunken. Lachen, das schmeckt gut. Nee. heute wird dein Kuchen dein Zitronenkuchen dran glauben, den du mir geschenkt hast das wird gut werden Geschmacksknospen, Modifikation freut sich, freut sich lach, 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 schmeck, schmeck lach Überfall starten, nein Fertigkeiten ausgeben, Moment, bitte was machst du denn? Fertigkeit warum? Fertigkeit ich muss gerade mal ein Headset abziehen Strom einstecken, ich hab keinen Bock dass das Modifikation eine Grätsche macht lach, lach go, go Moment, bitte Mastermind warte mal, da ist noch einer der hat auch eine gute Maske, aber die Zombiemaske ist geil, ja gut, es geht los aber der ist nicht gestalft, was ist das für ein Level jetzt? Nach dem Club den hab ich mal allein versucht alleine nicht so gut gewesen hat nicht geklappt Stealth so Stealth Robotic Voice lach, 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 lach aber man, Stealth ist auch gut das müsste doch dann Stealth so äh? ja, vielleicht ja die wissen jetzt nicht, wo wir herkommen der eine hat eine Robotik Voice und der andere schreibt Stealth lach, 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 lach Eieiei, es ist immer so ein Stress hier. Drei Platz, Robotic Voice, come on. Come on. Come on. Come on, otherwise I will kick you. Come on. Der ist nicht bereit, ey. Also er weiß, ey. Gut. Dann, raus damit. Nichts, raus damit. Der schreibt nur okay. Okay, I'm okay, ja. Scheiß. Komm, mach einfach go, oder? Ja. Machen wir es zu dritt. Wird ja scheiße werden. Aber kann man auch neu starten, ist kein Profi-Job. Ah. Ja, jetzt hast du schon mal 800.000 verloren, aber du hast ja eh Millionen, ne? Ah, Gaming Raving dritt im Spiel, bye. Pipidi Babu. Wie kommt man denn hier in dieses Teil rein? Pass auf. Gehst du hier hin? Ja, der Typ, oh oh. Ja, ja, alles gut. Ach so, ja. So, der checkt jetzt erstmal uns ab und sagt gleich, ja, ihr dürft rein. Oh, Gaming Raven, du hast das so verkackt. Oh man. Gaming, Gaming Raven. Oh man. Der steht doch da mit, äh, der steht da in voller Rüstung, ne? Na gut. Ich mach mal nen Job. Hit the ground people! Hit the ground people! Irgendeiner telefoniert doch da. Ja. Ja, wir sind eh schon entdeckt. Wir können auch noch telefonieren. Ich glaub ein russischer Gangster, bei Chancen. Hat er ne Karte dabei? Wir müssen die Karte finden. Hier sind zwei Stück. Wo? Ja, hier sind keine, ich glaub das sind keine Karte dabei. Ich hab ne Karte, so. Jetzt mach mal das hier auf. So, und gehen wir hoch in den Room hier. Was ist denn? Ach ne, ne. Wo sind hier viele? Gott. Ja, wie viel denn noch? Ja, Gangster halt. Okay. Ich fessel die mal, dann haben wir vielleicht gleich nochmal irgendjemanden, den wir austauschen können. Kein Tresor. Kein Tresor. Scheiß Dreck. Was machst du denn? Ah fuck, fuckery doodle, du. Wir müssen, äh, in den Internet entzündigen. Die kommen schon rein. Aus dem Management. Die aus dem Management. Ja, da wo Management steht, da kommen grad Polizisten schon rein. Ach so. Die haben auf uns gewartet, ey. So, jetzt mal hier reingucken, blimsen. Ah, hier geht's los. Was ist jetzt los? Das war der Cloaker, der Sam Fischer. Ah. Bin ich der einzige, der jetzt noch lebt, oder ne? Gaming Raven liegt am Boden, den holst du aber auch nicht. Sau. So. Ah, jetzt sind wir am Boden. Puh, ich muss helfen. Bleib, bleib da liegen, ey. Ach scheiße. Jo, komm, haben wir verkackt. Super. Ja, das läuft ja. Ich kick den nicht so hart raus, diesen Gaming Raven. Und den anderen auch, der ist Level 17. Ja gut, das bringt aber gar nichts, ne? Als Low-Bobs. Also bisschen Erfahrungspunkte krieg ich. Ja, bisschen, also. Oh. 3.000 Erfahrungspunkte. Weißt du, so, äh, Tages-, Tages-Erfahrungspunkte 300. Äh, Schwierigkeitsbonus 1.500. Was weiß ich, ne? Hab ich so knapp 3.000 gehabt. Dann Abzug für Scheitern 1.600. Uuuuh. Alles wieder wechseln. So wenig? Ich hatte jetzt 200 am Ende übrig. Ne, äh, ich hatte nicht mehr. Also ich hatte jetzt am Ende vielleicht auch 200, 300. Na gut. Das kann man auch zu zweit machen hier. Kein Ding. Ernsthaft? Ja, ja. Aber wie denn? Das Ding ist doch so groß. Wie willst du da die ganzen Leute durchhalten? Na, alles gut. Kein Ding. Nein, Christian98G. Dieses Spiel ist nicht für dich. Nein, Christian98G. Die Namen, die haben echt dumme Namen, oder? Ja. Hast du jetzt das Spiel zugemacht? Jo, jetzt nur W2. Komm schon, Baby. So, ja und der lässt uns jetzt rein, oder was? Mach mit den Zuckermann. Warte, erstmal hier rechts gucken, wie es hier aussieht. Alles klar. Gut. Und der lässt uns rein. Wir müssen nur mal kurz neben dem, sofort den. Der checkt uns voll ab jetzt. Da wir so gut aussehen. Ja, ja. Das ist dann zwar noch. Oh, da steigt dieses... Achso, okay. So, und jetzt rein. Alles klar. So. So. Gut. Kommst du mit hoch, oder? So, hier wäre eventuell schon mal was drin. Da könnte ich auch eventuell rein mit ECM Störcenter. Ja, aber die entdecken dich da. Ja, ja. Doch, ohne Scheiß. Und jetzt? Oh, ne Scheiß. Oh, Lady. Oh, da kommt die große hoch. Achtung. Kenne ich den? Mon dieu. Ja, ich bin jetzt mal außer auf der Terrasse. Ja, ich zieh mal ne Maske auf. Was soll ich denn machen? Nicht viel. Alter. Du ziehst die Maske auf, was soll ich machen? Ja, du machst mal low hier. Ich zieh auch die Maske auf. Okay, ich mach den Störcenter. Ich steck mal den Rücken. Ja, ich bleib hier. Und was? So, ich bin drin. Komm rein, komm rein. Komm auch rein. Hier. Okay. Das ist noch nicht entdeckt worden. Dude. Alles gut. So. Nice, nice. Und ich mach den safe auf. Wo? Ein Ausrufezeichen. Rotes. Ach so, ja klar. Was heißt denn das? Ach so, die alte, die wir eben. Ach so, die alte, die wir eben. Ach so. Ach so, die alte, die wir eben. Okay. Ja, die müssen wir mal vielleicht reinbringen. Hier in den Raum. Komm, komm. Oh, da kommt der Russe. Da kommt der scheiß Russe. Scheiße. Ich komme. Gut, das war's. Alle rasten aus. Ich hab einen Russen. Ich mach den safe auf. Die Karten brauchst du noch, oder? Ja, ja. Da hat's keine dabei, oder? Scheiße. Da hätt ich die nur umgelegt. Dann hätt ich eine scheiß Bodybag hier reinsteigen können. Ja, dann hättest du mich ja mal informieren können, dass du da was machst. Dann hätt ich nämlich die vielleicht weg tun können, weißt du? Ja, ich wusste gar nicht, was ich da mache. Ach so, ja. Ich spiele halt nur. Das denken wir hätt ich hier nicht bezahlt. Ah, guck mal. Jetzt sind unsere zwei Kumpels da. So, der safe ist jetzt auf und gleich. Jetzt. Was ist drin? Oh, ganz viel Geld. Schöne Sachen. Jetzt müssen wir auf den Transporter warten. Ich nehm das doch. Ah, ich sag mal. Da liegt's doch. Nimm's. Ich hab jetzt dreimal angefangen, was zu nehmen. Du bist irgendwie schneller mit dem Einsacken. Kann das sein? Ja, ist mein Skill. Wollen wir das Geld schon mal? Ne, wenn wir's rausschaffen, dann verlieren wir's, ne? Wir wissen ja nicht, wo der Transporter hinkommt. Man müsste den Bot sagen können, dass die auch ne Tasche nehmen. Ja. Müsste man. Mach mal hier auf. Nein, warte. Da kann die Polizei noch reinkommen. Ach so. Außerdem geht das gar nicht. Doch, geht. Oh, ist er offen. Ah! Da steht's. Alter. Ich bin so behindert. Sag mal, was machst du denn? Ja, ja. Auch mal für Geld gelegt. Ja komm, dann gehen wir mal wenigstens hier rüber in dieses Management-Büro. Da liegt doch immer Koks und sowas. Ja. Oh. Du bist noch da? Ach, Fäge. Schultz? Ja, ich bin da. Cool. So, ich bau jetzt hier einfach mal alle Türen auf. Jo, geht ja auch so schnell. Jo. Wir brauchen eh immer Karten von diesen Russentypen. Kann sein, dass der Transporter hier hinten hinkommt. Das wäre natürlich optimal. Wo der da hin? Ja, da wo du jetzt gerade bist. Da komm der hin? Ja. Oh, das ist ein Cloaker. Ne, doch nicht. Das ist ein random Typ. Hinter dir. Da ist der Club. Ja, den hab ich jetzt gerade schon. Gut. Oh, zwei Minuten. Da steht noch. Ah, hier sind zwei Taser. Zwei Taser. Ja. Ich komm mal. Wieso bin ich so langsam? Ich mach neu. Da oben ist aber noch ne Tasche. Ja, ja. Die holen wir dann noch. Ja, ich hab so das Gefühl, dass die versch... Ach, deswegen muss ich langsam, weil ich die Tasche aufnehmen hab. Ja, ich hol die Tasche mal. Ja, was ist das? Pass auf das, Anna. Oh nein, die wird schon weggeschafft. Ja, deswegen ja. Dreck, wo die schon ist? Ja, gut, das ist... Also, du bist als Mastermind heute überhaupt nicht gut. Ich bin ja auch ein Geist, kein Mastermind. So, jetzt ist alles gut. Hol mal die Tasche da. Ich hab meine Tasche aufholfen. Ja, hol die mal. Guck mal, wo die liegt. Ah, scheiß drauf. Hol sie. Ist zwar am Arsch der Welt hier. Gut, und Schwerte kann... Nee, komm, lass es. Komm, komm. Merkt nichts. Die Kamera mal ausmachen. Ja, die haben das zum Polizeiauto gebracht. Idioten. Ja. Schönes Ding. Die Polizei ist voll ein Idioten, ey. Boah, wie viele jetzt da kommen? Fuck me. Du bringst sie alle hierher. Jo. So. Ja. Das gute Geld muss man da mitnehmen. 84, also 85 Sekunden ungefähr, ne? Ja, wenn der Wagen jetzt da ist, müssen wir das hinbringen und dann fliehen, weil... sonst schaffen wir es nicht mehr. Wieso? Du bringst das da rein, dann ist das schon was sicher. Dann kommen wir zurück und räumen hier alles aus. Ja, und dann kommt die ganze Polizei, wir haben nur Anzüge an und dann sind wir gefickt. Ich hab... Oh. Ich hab auch einen Anzüge. Komm. Hier ist er sogar saugut, ey. Ja. Ich mach auf. Ich mach auf. Oh, da ist ein Cloaker bei mir. Hey. Au, 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 au. Ja, wo bist du? Ja, jetzt sind ich am Boden. Ich hab grad einen Cloaker erschossen. Ja. Warte, warte. Hier ist ein Taser-Typ. Zwei. Geil. So. Der Dallas hilft dem anderen. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Hier an der Tür. Ach, hier. Was ist denn irgendjemand schießt noch auf mich? Hier ist du dem Hoxton. Der andere hilft mir auch. Schnell, der hat drei Sekunden noch. Ah, da ist der Transporter direkt hier. Er ist saugut. Da nimmt jemand mein Geld weg. Ah, Cloaker bei mir. Alter. Scheiße. Und da sind noch zwei in dem Gang hier. Wo ist die Hicke? Das sind 3.000 Euro nur. Ja, schön. 3.000 Bucks. Ich seh hier nix. Schließ einfach. Oh, ist das doch jetzt ein Cloaker. Okay, jetzt ist der Down. Den hab ich ja gesucht, den Typ. Ja, der hat dich gefunden. Nee, nee, der hat mich nicht niedergeschlagen. Gut, ich bin in Haft. Super. Scheiß Bots. Na gut. Dann renne ich jetzt zurück zum Auto. Ja, du brauchst ja noch das Geld. Das ist das Problem. Schnell, hol die Geld. Hol das Geld. Hol das Geld. Da. Ja. Lass dich nicht abschießen. Oh. So, schnell holen und weg damit. Ist das die letzte Tasche? Ja, ja, ja. Das ist die, die du noch mal geholt hast. Oh, Mann. Ja. Scheiß aufs Schild. Ich lauf einfach vorbei an dem Scheiß. Ja, ja. Ah. Nein! Nein! Was ist das denn so? Wie der mich haut. Wie der mich haut. Au, au. Das ist Polizei-Verkür. Hilfe. Hilfe. Ey, jetzt haben wir verloren. Warte, warte. Die Bots. Nee, wir haben verloren. Wir haben verloren. Warte, warte. Hoxton macht das nicht mehr. Doch. Nee. Oh. Alter, ach. Ich raste aus. Okay, du hast echt nur Scheiße gebaut. Ohne Witz, ey. Stopp die Aufnahme, ich will dich nicht mehr sehen heute. Der Phil wird sich total drudlachen über dich, ey. Ich raste mich, ich raste dich. Fuck myself, what else. War gut. Alter. Ja, ich hab 200 Erfahrungspunkte gekriegt, immerhin. Ist mir egal. Na gut. Also du hast keine Lust mehr. Ja. Mit so, mit dir, ne? Na gut, dann stopp ich die Aufnahme. Ja, wir waren die Vorspieler. Tschüss. Oh mein Gott, warst du schlecht. Ein Scheiß. Na klar. Ein Scheiß.